Ganz genau, so würde ich es auch sehen, weil es war dadurch kurzweilig und lustig und was ich mitbekommen habe, sie haben sich schon einige Mühe gemacht, um diesen Tag vorzubereiten, also es waren zwei Leute, die sozusagen in Charge waren für das, auch da sieht man wieder, das muss nicht immer alles Chefaufgabe sein, man kann das auch gut ein bisschen delegieren oder zumindest Teilaspekte daraus delegieren. Und was vielleicht auch geholfen hat, das war einfach die Überlegung, was für eine Art von Zeit soll jeder Blog sein? Also ich kann mich erinnern, wir hatten Fokustime auf der einen Seite, wo es irgendwie darum ging, gemeinsam was zu erarbeiten und wirklich inhaltlich nachzudenken und dann gab es aber auch Discussion Time, also wo es irgendwie darum ging, wo wollen wir unsere Schwerpunkte setzen und wie soll man das handhaben? Soll man das so machen oder so machen? Und da gibt es einfach unterschiedlichste Meinungen dazu im Team und es war einfach Zeit dafür, um die auszutauschen, umzusetzen und richtig halt dazu substanziell zu einem Ergebnis zu kommen und nicht einfach irgendwie einer entscheidet und dann fertig sind wir oder wir gehen raus und wissen es noch immer nicht, wie wir es tun sollen. Und einfach indem man dem Kind dieser Überschrift sozusagen einen Namen gibt und sagt, hey, da ist jetzt eine Stunde, da möchte ich, dass wir das Thema erörtern, dass wir darüber diskutieren, dass wir uns eine Meinung bilden. Dann machen wir Pause und dann haben wir eine Stunde, wo wir uns intensiv ein Ergebnis haben wollen. Da arbeiten wir an irgendwas Spezielles und da kommt ein Ergebnis raus. Dann machen wir das Thema ab. Dann machen wir mal. Dann machen wir Talia. Vielen Dank.